Einen Plank vor links, eher moderat rückenschonend, indem man die Hüfte und die Knie gefolgt hat. Man stützt auf den Unterarmen auf und auf den Füßen und Knien und hebt dann die Knie leicht weg. Hier kommt es zu einer Körperspannung. Die Schulter bleibt über die Ellbögen und hebt dann abwechselnd, zieht ein Knie nach vor, stellt es wieder hin und wechselt dann vom linken auf das rechte Bein.